Herzlich Willkommen zurück hier zu Craft World. Unsere Zwerge sind fleißig und wir wollten hier gerade anscheinend ein paar Lampen anbringen. Machen wir auch gleich. So, dann werden hier Betten abgebaut, denn wir haben jetzt ein paar luxuriöse... Achso, die Betten wurden schon abgebaut. Sorry, ich bin ein bisschen konfus gerade. So, Betten. Eines hier hin, eines hier hin, eines hier hin, eines hier hin. Wohin sind denn unsere Zwerge gerade unterwegs mit dem Portal? Ah, hier. Gibt es hier noch was zu tun? Ja, hier gibt es noch was zu tun. Das heißt, das Portal verlängere ich ihnen auch gleich noch ein bisschen. So, die Kohle könnt ihr auch noch mitnehmen, wenn ihr schon dabei seid, Jungs. Ja, und dann wollte ich mich hier ein bisschen um die Mine kümmern, wenn mir nicht alles täuscht, oder? Wie sieht's bei unserem Tech Tree aus? Ähm, als nächstes Basic Fortifications, das heißt, alles aus Holz. Okay, das heißt, ihr könnt gleich mal wieder ein paar Bäume fällen. Mehr gibt's hier eh nicht in der Nähe. Oh, doch, hier mache ich euch auch ein Portal hin. Und dann fällt mal ein paar Bäumchen. Und ein Schaf könnt ihr auch gleich fällen, wenn ihr schon dabei seid. So, nächste Welle zu meiner Orientierung in 36 Minuten. Das heißt, alles easy hier. So, was brauchen wir noch? Ich kann hier noch einen Nachttopf hinstellen. Hier oben fehlt noch ein bisschen Licht. Fällt mir da gerade auf. So, alle fleißig. Ne, nur hier ist keiner fleißig. Warum auch immer. Naja, eins nach dem anderen. Wir haben ja Zeit genug. So ist es ja nicht. Hier könnt ihr euch eine Leiter hinstellen, dann fällt es euch leichter, dass ihr rauf und runter klettert. So ist es ja auch wieder nicht. Ich schau mal, was wir jetzt an Holz im Lager haben. 45. Okay, das heißt, ähm, wo waren die denn, diese Sachen? Ne, das war es noch nicht. Aber Stahl können wir herstellen. Ziegel können wir herstellen. Auch schön. Papier können wir herstellen. Wozu auch immer wir das alles brauchen. Ähm, und Stoff und Farbe können wir herstellen. Aber eins nach dem anderen. Wo sind denn hier die... Mh, lecker. Auch Äpfel. Ähm, wo sind denn hier die Fortifications? Hier. Holzsperre. Was macht die? Verzögen und beschädigen angreifende Monster. Oh, sorry. Ich werde jetzt vielleicht bei mir gerade die Polizei oder die Feuerwehr vorbeifahren. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Gut, ähm, ich würde sagen, wir errichten jetzt erstmal, oder wir bauen jetzt erstmal so viele Käfige, dass mit wir in den nächsten Level kommen. Ganz genau. Und jetzt können wir nämlich zum Fishing gehen und eine Angel bauen. Das gefällt mir schon wesentlich besser. Für eine Angel brauchen wir auch Holz. Und Schnur brauchen wir dafür. Also Seil und Eisenerz haben wir alles. Das heißt, ich baue mal eine Angel. Mehr brauchen wir ja nicht. Ähm, einen Eimer mit Würmern. Da brauchen wir einen Eimer und Erde. Einen Eimer haben wir. Und Erde haben wir logischerweise auch. Sehr schön. Ähm, was haben wir hier? Rundes Fenster. Gut, Fenster können wir auch mal bauen. Muss allerdings erst hergestellt werden. Okay, das heißt, ich ziehe es mir da in die Leiste. Ziegel, Wasserton und, ich meine, was machen wir mit Ziegel? Keine Ahnung, aber ich schätze mal, daraus können wir dann auch was Hübsches bauen. Wasserton und Kohle. Kohle, Kohle haben wir genug. Okay. Ich baue ja mal jetzt jede Menge Ziegel, bis uns das Wasser ausgeht. So, was haben wir hier als neue Aufgabe bekommen? Fischen. Ja, das machen wir gleich. Ähm, Advanced Constructing und finde seltene Metalle. Ja, finde seltene Metalle ist ein guter Plan. Allerdings muss ich da erstmal meine, äh, ja, meine Mine irgendwie besser planen. Hier unten tummeln sich die roten Ameisen. Das ist nicht so nett. Hier geht's ja ziemlich, äh, wäre ja ziemlich viel zum Abbauen. Ich werde angegriffen. Von wem? Ach, von dem Käfer. Der erzählt nicht. Ähm, hier gibt Steine. Könnt ihr da mal ein paar Fackeln hinsetzen, wenn ihr das nächste Mal in der Gegend seid. Nein, nicht abbauen. Ich wollte hier ein Portal hinsetzen. Und dann könnt ihr, okay, da ist noch Kohle, die man mitnehmen kann. Hier ist auch noch Kohle, die man mitnehmen kann. Da kommt wieder keiner hin. So. Hier werde ich mir mal die Mine ein bisschen besser machen müssen. Das heißt, hier begradigen. Hier kommt wieder Erde rein. Achso, nee, nicht Baue Erde, sollte das heißen. Und da will wieder keiner. Ah, doch, jetzt kommt hier einer, der macht das. Gut. So soll das sein. Hier haben wir uns nach unten gebaut. Allerdings sind hier die Tiefseefische. Sammle Wascher. Ah, ich schicke hier mal jemanden zum Angeln hin, just for fun. Obwohl, nee, da kann er sich nicht gut genug, ähm, ja, austoben. So, wie gehen wir jetzt wirklich mit unserer Mine weiter vor? Wir könnten... Habe ich eigentlich so Gerüste? So Holzgerüste. Wo konnte man die denn machen? Oder kommen die erst noch? Ah, ja, da. Da brauchen wir Bretter und Holz. Holz, Holzbretter. Die sind nämlich echt gut. Da baue ich gleich mal einen ganzen Haufen und ziehe sie mir hier unten rein. Ah ja, und Fenster haben wir jetzt auch schon zwei Stück. Die können wir hier einbauen. Ich sag mal, eines bauen wir hier hin und eines bauen wir hier. Okay. Und eines bauen wir hier oben hin. Sehr schön. Der macht uns die Gerüste, das ist nice. Okay, hier liegt noch haufenweise Stuff, den man abbauen kann. Der holt, kommt jetzt den Zwerg und holt es sich. Und wenn ihr schon dabei seid, collect water, collect water, collect water. Wasser brauchen wir hier. Sammle Wasser, sammle Wasser, sammle Wasser. Und auch hier steht alles unter Wasser. Das heißt, ihr könnt hier fröhlich ganz viel Wasser für mich sammeln. Das werden wir ja noch brauchen. Was machen wir eigentlich mit den Ziegeln, die jetzt da alle gerade hergestellt werden? Beziehungsweise Stahl ist natürlich auch nicht zu verachten. Eisenerz und Kohle. Da können wir uns dann Stahlwerkzeuge herstellen. Ich gebe das mal alles in Auftrag. Und dann brauchen wir definitiv wieder Eisenerz. Aber hey, das kriegen wir schon irgendwie hin. 44% Komfort, das geht auch schon, würde ich sagen. Also unsere Zwerge sind ja dabei ganz gut im Geschäft. Oder was sage ich hier im Geschäft? Ich meine, sie sind halt... Okay, die einen gehen ins Wasser, zum Wasserschöpfen. Ah ja, und jetzt haben wir das ganze leer geschöpft sogar. Auch nicht schlecht. Dann lasse ich das hier mit Erde auffüllen, damit wir dann leichter rüber kommen. So, haben wir da schon Gerüst fertig, dann stelle ich hier eines hin, dann kommen die leichter darauf. Beziehungsweise ich mache gleich zwei Gerüste, um diese Pflanzen hier mal zu killen. So, und wenn wir jetzt schon hierbei sind, da unten sehe ich Eisenerz. Wie kommen wir hier am elegantesten nach unten? Ich würde sagen... Okay, das könnt ihr mal umbringen, das könnt ihr mal umbringen, das könnt ihr mal umbringen, wenn ihr schon dabei seid. Und dann möchte ich, dass das hier weggeklopft wird. Dann bauen wir uns hier so nach unten und dann so rüber. Also... So... Und so habe ich mir das vorgestellt. So, wo laufen die alle hin mit ihren Waffen? Alle zu der einen Spinne und zu dem einen Geist, oder was? Ja, das sollte ja kein Problem für uns sein. Die Spinne ebenfalls nicht. So... Dann würde ich sagen... Achso, wieso kann ich kein... Achso, weil das Gerüst noch nicht hergestellt worden ist. Geht da mal wieder einer nach oben und arbeitet, bitte. Kann ja nicht euer Ernst sein. Okay, die kümmern sich hier um die Pflanzen, obwohl ich ihnen keinen Auftrag gegeben habe. Ist jetzt natürlich auch so eine Sache. Und hier wollte ich eigentlich Gerüste hinstellen. Ja, was soll ich machen? Oh, sorry, jetzt habe ich dir das Gerüst sogar weggenommen. Ah, anscheinend braucht es das eh nicht. Plumps. Weil dann mache ich hier so eine Gerüste-Ecke. Okay, jetzt wird hier auch schon wieder hergestellt. Sehr gut. Was haben wir hier? Ein Fischerbuch. Nice. So, gut. Hier mache ich mal den Gang wieder ordentlich zu, damit es ein bisschen hübscher wird, hier unsere Mine. Genauso wie hier und hier. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen ordnungsfanatisch, aber was soll's. So, das nächste Gerüst. Dann geht es dir schon ein bisschen besser. Ist das Gute, dass diese Gerüste auch nach unten fallen. Ich könnte natürlich auch Leitern noch wieder zusätzlich machen, aber die müssen sie halt herstellen. Aber andererseits ja, warum nicht? Bei Leitern brauchen wir hier nur Holz. So, ich mache mal aus allem. Und dann kann ich sagen, dann baut halt... Okay, das wird abgebaut, das wird abgebaut, das wird abgebaut. Und hier sollen überall Leitern hin. Und Fackeln brauchen wir dann ebenfalls noch, wenn das irgendwie geht. Anscheinend geht's nicht. Also, wir planen unseren nächsten Stollen. Also, ist gut, da oben... Von wem werde ich angegriffen? Ach, von einem Zombie, denn mit dem werdet ihr schon fertig. Oh-oh. Scheiße. Okay. Die kommen hier wirklich raus. Baue Erde. Ja, flüchte. Und du... Hey, du Zwerg, du... Nicht angreifen. Ach, scheiße, ey. Ja, das Leben ist niedrig. Schmacht, dass du da rauskommst, sonst haben wir gleich den ersten roten Zwerg hier. Oh-oh. Okay, der wird sterben. Nein, wieder nicht. Nice, gut gemacht. So, dafür kommen jetzt die Ameisen hier alle zu uns. Attackiert die hier mal. Ach, du Schande. Hier geht's jetzt gerade aber zur Sache. Aber daweil sieht's noch ganz gut aus, dass meine Jungs das irgendwie überleben. Noch ist keiner gestorben. Und die Toten haben sich ja gleich ins Bett gelegt. Das ist gut. So, jetzt sind hier auch gar nicht mehr so viele drin. Das heißt, vielleicht kann ich mir das hier doch gleich annektieren irgendwie. Nein, geh nicht da runter. Da sind wieder die... Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Sehr schön, der Bogenschütze hilft hier auch ein bisschen aus. Okay, ein Bogenschütze ganz alleine. Das ist sicherlich nicht gut. Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst, mein Freund. Ah, aber er schafft's hier ganz gut, diese Ameisen hier in Schach zu halten. Nein, jetzt fällt er wieder runter. Super. Komm schon, weg mit dir. Nicht in die Richtung. Genau, kletter rauf. Kletter einfach rauf. Sehr gut gemacht. So, und jetzt... Ja, von mir aus, schieß von da oben runter. Wenn dir Spaß macht. Nein, bleib doch oben. Doofer Zwerg. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen, hab ich gesagt. Okay, der wird sterben. Er wird sowas von sterben. Ja, oh oh. Und jetzt ist er tot. Na super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dann kämpft doch am besten einfach mal alle hier. Die ihr da seid. So, die Ameise ist tot. Du sollst sie doch nur wieder zubauen. Okay. Jetzt geht's mir über. Alle hier Attacke. Die letzte Ameise dann aber bitte auch noch, weil da kommen immer mehr aus dem Nest raus. Da kommt die Schwertkämpfer plus eins. So, und das Netz, das Nest ist tot. Nice one. Okay, das heißt, wir können hier wegbuddeln. Und dann hole ich mir das Ganze am Eisenerz und so weiter. Aber erstmal, ja, unser toter Zwerg ist dort vier Minuten, bis Nachschub kommt. Den rüsten wir dann natürlich aus. War jetzt nicht gerade die eleganteste Variante, die wir hier gefahren sind. Und so, Gerüste wären auch mal wieder klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wäre schön, wenn ihr hier einen Fackel anbringen könntet. So, da kommt noch eine Leiter hin. Da unten graben sich zwei von diesen Larven so durch. Aber ich denke, die sollten sich jetzt erstmal ein bisschen regenerieren, die Leute hier. So. Aber gut, dann haben wir wieder einen großen Teil, den wir hier bebauen können. Und wir brauchen Holz, merke ich gerade. Also, das wusste ich schon vorher, weil ich das ganze Holz verbaut habe. Okay, 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 okay. Alles ist nach wie vor unter Kontrolle. Kein Grund zur Panik. Wie sieht es denn mit unserem Tech-Tree aus? Fishing. Gebratener Fisch zählt auch zu Fishing. Ja, dann müsste ich nur mal Fisch bekommen. Das heißt, ich werde jetzt einen Zwerg zum Angeln schicken. Wo ist denn hier? Da war der Teich, oder? Ja. Fische. Und Fische nochmal. Mit ein paar bisschen gebratenem Fisch. Wenn wir da den Tech-Tree hochskillen können, wäre das doch schon mal was. Und Advanced Processing. Stahl. Stahl und Ziegel. Okay, also brauche ich wieder Eisenerz. Und da bin ich ja gerade in der Miene dabei, das zu machen. So, ich werde hier vielleicht nochmal ein Portal hinsetzen. Oder, ne, ich setze hier ein Portal hin. Direkt auf die Schnecke. Können Schnecken eigentlich durch Portale gehen? Ich weiß es nicht. Aber ich würde mal behaupten, sie können es nicht. Ist hier sonst irgendwas Aufregendes? Ne, sieht nicht so aus. Gut. Hier unten ist viel Eisenerz. Das heißt, ich werde mich hier noch runtergraben. Und dann brauchen wir die Gerüste, von denen eigentlich acht in Auftrag sind. Aber unser Schreiner schläft wahrscheinlich. Ne, jetzt haben sie sich schon alle erholt. Okay, ich gehe mal auf Zweifach-Speed. Damit sie die ganzen Sachen hier heimholen können. Okay, es nimmt ja langsam Formen an. So, wo seid ihr denn gerade? Ah, hier unten seid ihr. Sehr schön. Genau, sammelt hier mal die Sachen ein. Hier ist noch Eisenerz, das ihr abbauen könnt. Was sind das eigentlich alles für Dinger hier? Ist das Schleim? Mir ist es egal. Okay, der versucht hier zu schwimmen. Ne, ich wollte das Gerüst nicht wegnehmen. I'm sorry. So, dann sammelt doch erstmal das Wasser hier. Die Bevölkerung ist gewachsen. Okay. Das heißt, wir haben wieder einen Zwerg dazubekommen. Degen, ein Koch. Okay, der sollte auch noch gleich was anderes lernen, nämlich Bergarbeiter. So, was geben wir ihm denn? Was haben wir denn? Ähm, einen... Das war doch der Bogenschütze, der oben umgekommen ist, oder? Oder nicht? Na egal, ich gebe ihm auf alle Fälle einen Bogen. Eine eiserne Spitzhacke, eine Eisenachst und eine Rüstung kann er haben. Einen Holzhelm und eine Holzrüstung. Das sollte mal fürs Erste reichen. Alter, und die... Der seufzt hier unten, oder was? Du sollst hier Wasser mitnehmen. Ich werde angegriffen. Von wem denn dieses Mal? Ach, von dieser Larve, die da... Genau, verprügelt die mal ordentlich. Sehr gut. Job done. Jetzt müsste nur noch irgendwie... Ah ja, okay, der... Nee, der hat auch kein Wasser geholt. Die müssen das Wasser hier abschöpfen oder da weggraben. Eins von beiden. Das müsst ihr euch entscheiden, Jungs. Wo werde ich denn jetzt wieder angegriffen? Ah, hier ist eine Spinne. Diese Spinnweben können auch mal weg, sonst kommen die Spinnen immer wieder. Und wenn wir schon dabei sind, hier bitte Erde rein. Danke. So, der hat sich... Die beiden haben sich hingelegt. Das ist in Ordnung. Da mache ich einen Verbindungsschacht drüber. Zu der anderen Leiter. Das sind die Pilze. Könnt ihr ebenfalls sammeln. Wenn ihr schon so fleißig dabei seid. Ah, da oben ist ein Zombie. Und ein Geist ist da ebenfalls. Den könnt ihr auch alle machen. Bei Gelegenheit natürlich nur. Ah, wo willst du denn hin? Sag mal. Das Wasser da, das stört sie irgendwie. Okay, dann machen wir es anders. Kannst du da Erde drüber bauen? Nein, nicht wieder reinfallen. Oh Mann ey, diese Zwerge, die sind manchmal echt... Naja. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal, wie sich die Situation hier unten, ja, bessert oder verschlechtert. Der wird irgendwann noch absaufen, der Typ. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Craft the World. Macht's gut, bis bald. Euer Chris. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.